Ey Cornelius, jetzt geht's los! Ey Cornelius, jetzt geht's los! Ey, willst du anmoderieren die Deck-Dingsbums hier? Was? Also willst du anmoderieren? Wie muss ich anmoderieren? Was ist das? Also, das Deck hier. Also, du willkommen zu einem neuen Deck. Also... Wir sollten recht mal kurz sagen. Ja, ich weiß. Du müsstest einfach aufs Mal recht bist alt, also so. Ey, ich lasse es auf jeden Fall an. Ey, das gibt's schon mal hier. Okay, ich lasse es auf jeden Fall an, Katho. Ah, wo ist ein Charakt? Ich hab das Geld vergessen. Deck vorstellt. Also, ich mache gerade auf... Ich bin gerade auf Dingsbums. Also, ich mache jetzt gleich so Drehlingskampf und so. Was? Was? Also, es ist jetzt sein letztes Sitz. Weil ich jetzt selber warte. Was? Es muss mal direkt loswerden, ey. Vielleicht. Wenn es mir Dislike. Okay. Schlimmes Halt. Komm, Dislike. Keine Ahnung, vielleicht hat er jetzt nichts. Kack, Holzleitung, ey. Konkurrenz. Natürlich. Also, ich kann auf jeden Fall euch erzählen, dass es ein Lavaloon-Deck ist. Also, mit Cornelius. Säle, hör mal auf! Also, das ist das Deck hier. Weißt schon, das wird ein Stream, ja. Weißt du, wieso Lavaloon-Inferno? Das wird ein Video-Säle. So, dass wir jetzt eine neue Reihe werden, so neue Dicks sind, so die vielleicht Meta werden können. Ich weiß nicht, ob er mich hören kann. Ich weiß nicht, wie es sagt. Ich weiß nicht, wie es steht. Okay. Okay, wer dann einen blöden Start, dann? Also, der kommt jetzt damit noch keinen. Also, der kommt jetzt dann wieder mit den Köln. Also, der kommt jetzt sehr gut mit Fallen. Yo Cloth, der Ausbieter mal in Level-Zie. Magier? Wollt ihr mir die Scheiße wegmachen? Wem? Wem? Nur hat übrigens nächste Woche Dienstag und Mittwoch Zeit Was hab ich hier eigentlich für den Hundeausbilder bekommen? Dann kannst du Dienstag nehmen Ey Geiger Hast du auch Fingst-Serien bei Geiger? Nein Oh oh Sieht nicht ganz so prickelt aus Ok den hab ich gleich Vielleicht den Ballon drauf hätte und dann habe ich den Oder halt so Jetzt halten wir den Ridge bereit Jetzt zieh ich den Ballon drauf Schau auf Seh den Schau auf Schau auf Schau auf Schau auf Ich hab dir die Scheiße geschickt Wir hatten das längste Video Hab ich jetzt geschickt oder hab ich das noch mit einem PC gelacht Weiß ich echt nicht Weiß ich echt nicht Weiß ich echt nicht Weiß ich echt nicht Okay, zack, also das ist das Deck, ein Lavaloot in ferner Deck. Also, wenn es euch nicht gefällt, lasst einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Oh mein Gott. Hey Alter, ich bin nur... Lisa, ich bin bei der Deutsche. Hej. Bitte, danke. Das ist ein hat, was ich.